Musik So was für eine große Ehre, den König der Könige und der Herr der Herren anzubieten. Es ist wirklich eine große Gnade, dass wir ihn kennenlernen dürfen und dass es seine Gnade ist, dass er die Augen unseres Herzens geöffnet hat, damit wir ihn erkennen, damit wir den wahren Gott erkennen können. Ich wusste in meinem Leben überhaupt niemals was an Betung anbetrifft. In meinem ganzen Leben wusste ich nicht was an Betung ist. Ich weiß nicht, dass ich ein Pästor nicht von hier bin, deswegen bin ich ein Mensch. Ich weiß nicht, 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 ich weiß nicht. Aber wie, was für eine Herrlichkeit ist, einfach in dieser Anbetung Gott anzubieten und ich merke, dass mir etwas passiert in der Anbetung. Und wie viel Zwiebel ist, die in diesem Pästor zu verabschieden sind. Und wie viel Zwiebeln wir in meinem Leben verabschieden sind. Amen. Eigentlich ist es so, wenn du anfängst, Lob zu preisen, wenn du anfängst anzubieten, wenn du anfängst anzubieten, was das bedeutet, vor dem Tron Gottes zu kommen, mit dem Blut des Lammes und ihn anzubieten. Und in diesem Tron Gottes zu stehen, Tron Gottes, nicht Tron eines Königs. Und ich fang an innerlich, merke ich, dass innerlich in mir etwas geschieht. Es gibt ein deutsches Lied, das lieb ich sehr. Und im deutschen Text ein Teil dieses Textes heißt das, wie die zarten Blum sich willig sich entfalten, sich entfalten und der Sonne stille halten, wie die zarten Blum sich willig, willig, man so nennt, dass die Zwiebeln sich entfalten und der Sonne stille halten. Also in dieser Sprache. Ich will nicht, dass diese Zwiebeln sich entfalten, wenn du an das Lammes aus dem Motivieren misst, wenn du das Lammes ausstellt, wenn du an diese Zwiebeln schweigst, Ja ich mich so, als ich so und so. Ich will mich so, wie das Lammes ausstattet. Und ich so zu diesem Motivieren, dass ich mein Sonne über Katastet und Entfalten und mich so rechtfert. Und ich so zu diesem Motivieren. Und ich will mich so beenden, dass ich so zu mir schlafen. Das heißt, es ist eigentlich, wenn wir die ganze Blumen, die ganze Natur sehen, dann merken wir immer wieder, alles dreht sich um die Sonne. Wachtig, als wir in der Tabieat nachdenken, wir wissen, dass alle Gülhäuser, die Nagehäuser auf die Kurscheid, auf die Kurscheid, auf die Kurscheid sind und auf die Kurscheid sind. Alle Pflanzen drehen sich bis zur Sonne und dann entfalten sie sich. Und die Sonnenstrahlen, die alle auf die Kurscheid sind und auf die Kurscheid sind. die kommen und durchdringen diese Blume und fängt an Leben zu geben und sie entfalten sich. Im Grunde genommen leben wir in einer Natur und sehen die ganze Natur und verstehen nicht, was an Beton betrifft. Amen. Amen. Es war sehr mitgevangelig. Amen. Es war sehr mitgevangelig. Es war sehr mitgevangelig. So, letzte Woche hat, eure Pastorin, Nasrin über Pfingsten geprägt. und wir beteten auch für die Erfüllung und mit Kraft erfüllt werden im Heiligen Geist und auch sprachen in Zungen, also im Geist sprechen und viele wurden auch gesegnet und erfüllt aber wir wollen heute weiterhin ein bisschen tiefer hineinkommen das Empfangen des Heiligen Geistes oder die Kraft des Heiligen Geistes oder das Feuer des Heiligen Geistes eine große Verantwortung von sich Es geht nicht um Segen Es geht um Empfangen Göttlichen Kraftes Amen Unser himmlischer Vater hat uns schon gesegnet mit allen Segenungen, die es gibt Und dass du schon hier sitzt, das ist schon eine Gnade Gottes Und dass du den Gott, den Schöpfer Vater sagen kannst, zu ihm Vater sagen kannst, das ist schon wirklich eine große Gnade Aber wenn wir vor Gott stehen und sagen, Herr, ich möchte erfüllt werden mit der Kraft, mit dem Feuer des Heiligen Geistes Dann heißt das, du trägst dann eine ganz große Verantwortung in dir Wir sind meistens immer so fixiert auf uns selbst Dass wir sagen, Heiliger Geist, komm und erfülle mich, damit ich quasi, ich mein Leben leben kann Es ist alles auf uns selbst fixiert Die Kraft des Heiligen Geistes, das Feuer des Heiligen Geistes ist auf Gott fixiert, nicht auf mich Wenn wir wiedergeboren werden Dann kommt der Heilige Geist in uns Und wir werden zu Familien Gottes Aber wenn die Taufe des Geistes, die Kraft, die göttliche Kraft in dich hineinkommt Dann bist du eine Demonstration der göttliche Kraft In Matthäus Kapitel 28 heißt das Bevor Jesus aufgefahren ist Und er sagte, mir ist gegeben, alle Autorität im Himmel und auf der Erde geht hin und macht alle Nationen zu jüngern Bevor Jesus aufhört zum Vater Macht er seinen Jüngern deutlich Macht euch keine Gedanken, keine Sorgen Nergern nabaschen, Fikertunen nabaschen, alle Macht Alla Autorität, alla Autorität, ist mir gegeben Hier auch auf diese Erde Nicht nur in dem Himmel Das ist eine Ermutigung für die Jünger Und dann sagte, dann anschließend sagte so, geht nun hin, Macht sie zu Jüngern Warum? Weil die Autorität bei mir ist Und dann später sagte noch Wartet in Jerusalem Für die, so heißt, die Autorität braucht ihr die Kraft des Heiligen Geistes Und wenn er Geist Gottes gekommen ist Dann werdet ihr meine Auferstehung und mein Sieg demonstrieren auf diese Erde So und dann als der Heilige Geist gekommen ist Und diese 120 Jünger da angefangen haben in Kraft zu beten und in Sprachen zu beten Sie ging nach Jerusalem raus Und dann fangen an in verschieden Sprachen das Evangelium zu verkündigen Und dann sagen die meisten Leute Und Jerusalem ist ein Aufruhr gekommen Und dann steht Petrus auf und fängt an in Autorität zu predigen Und dann sagt, wisst ihr was passiert ist? Etwas ist im Himmel passiert Dass wir jetzt hier auf diese Ehre spürbar leben können Was ist im Himmel passiert? Und dann sagt er Diesen Jesus hat Gott auferweckt Wovon ihr alle Zeugen sind Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhört worden ist Und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat Hat er diesen ausgegossen, was ihr hier seht und hört Denn nicht David ist im Himmel aufgefahren Der gesagt hat Der Herr sprach zu meinem Herrn Setzt dich zu meiner Rechten Bis ich deine Feinde lege Zum Schemel Zum Schemel deiner Füße Amen Amen Das heißt in anderen Worten Das Kommen des Heiligen Geistes Die Kraft des Heiligen Geistes Ist ein Zeugnis dafür Dass Jesus auf dem Thron sitzt Und regiert zu Rechten des Vaters Wenn Jesus nicht auf dem Thron gesessen hätte Aber das hat einen Zusammenhang Die Kraft Gottes Die Kraft Gottes Die göttliche Kraft Gottes Die gekommen ist Es steht im Zusammenhang Dass Jesus auf dem Thron sitzt und regiert Die Kraft des Heiligen Geistes Das ist so, als eine Verbindung da ist Das ist zwischen Gott und Jesus Der auf dem Thron sitzt und mir Die Kraft des Heiligen Geistes Das ist die Heiligen Geistes Das ist die Heiligen Geistes Das ist die Heiligen Geistes Wir sind aus Unwissenheit Gebete sprechend Wir kommen in eine Gemeinde und hören die Leute so beten Und dann fangen wir an genau so das Ganze zu wiederholen Und dann singen wir auch diese Lieder von Baran Von Baran Von Regen Ja, von diesem Feuer Regen Das ist uns kommt Und wissen die Grunde genau was sie wollen Gott sagt Gott sagt Wofür willst du ein Feuer haben? Gott sagt Wofür willst du ein Feuer haben? Wofür willst du ein Feuer ausgestattet werden? Wofür willst du ein Feuer mit Kraft ausgestattet werden? Gott sagt Du lebst kannst du antworten auf? Und jetzt kommst du vor mir und willst Feuer haben. Nicht? Wofür willst du das? Denn das Feuer Gottes, wenn das auf dich kommt, muss Jesus auf dem Tron demonstrieren auf diese Erde. Du musst mit deinem Leben zeigen, dass Jesus auf dem Tron sitzt. Du musst mit deinem Leben zeigen, dass Jesus auf dem Tron sitzt. In meinen Augen ist die Taufe des Heiligen Geistes oder ein Feuer des Heiligen Geistes. Es ist so, als würde Gott dich mit einem göttlichen Uniform seine Armee ausstatten. Es ist so, dass Gott dich mit einem Polizisten gewandt. Amen. Seht ihr noch da? Er kleidet dich mit einem Polizisten gewandt. Mit einem Soldaten gewandt. Und dieses Uniform Es ist vom Staat Deutschland gestellt, das normale Uniform. Und dieses Uniform hat eine Autorität. Wenn ich jetzt hier so bin, auf die Straße gehe, nichts, was ich nicht richtig verletze. Es ist genau das gleiche, Albert. Ein Polizisten Uniform. Wenn ich auf die Straße gehe, und so mache, dann muss ich das Auto halten. Habe ich mich verändert? Nein, ich habe ein Uniform Deutschlands, was Deutschland repräsentiert, angezogen. Und dahinter steht Autorität. Nein. Ich kann nichts tun. Es ist nur ein Uniform, die Polizisten Allmähne zeigen, die Polizisten Allmähne zeigen, die Polizisten gewandt. Die Polizisten und die Polizisten gewandt. Und wenn ich dieses Uniform anziehe, dann stehe ich unter der Autorität Deutschlands. Und da repräsentiere ich das Gesetz Deutschlands. Und da darf ich auch eine Pistole tragen. Um das Land zu schützen. Und das Land zu schützen. Amen. So wenn du mit dem Feuer oder mit der Kraft des Heiligen Geistes ausgestattestest, dann bekommst du ein Heiliges oder beziehungsweise ein göttliches Uniform. Dann hast du eine Verantwortung. Wenn du Soldat bist, kannst du nicht sagen, ich mache Feierabend. sondern du musst genauso als Polizist, musst du genauso vor dem Gericht schwören, dass du für das Land stehen wirst. Amen. Wie soll die Welt, die Herrschaft, das Königreich Jesu erkennen? durch die Kraft des Heiligen Geistes in dir und in mir. Amen. Diese Welt ist voll von Dämonen und bösen Mächten. Die Geistliche Mächte. Wenn du mit Autorität Gottes ausgestattest bist, die dämonischen Mächte erkennen das. Die dämonischen Mächte erkennen das. Die dämonischen Mächte erkennen das. Und die fürchten sich. Die fürchten sich vor dir. Weißt du das? Wenn du ausgestattest bist mit Kraft, mit dem Feuer des Geistes. Die dämonischen Mächte fliehen von dir. Du hast Autorität. Du gebietest. Du färgst. Weil du ein Polizist Gottes bist oder ein Soldat Gottes bist. Und sie müssen geheuchen. Wenn wir einige Sachen in dem Leben von Paulus mal anschauen. Als er in Apostelgeschichte heißt das. Paulus geht nach Philippi. Und da gibt es eine Wahrsagerin. Und diese Wahrsagerin hat einen Herrn und macht sein Geschäft. Und dieser Mann macht auch viel Geld damit mit dieser Wahrsagerin. Und Paulus sieht diese Frau, diese Wahrsagerin an. Und Paulus sagt den Namen Jesu Christi. Und er bietet diesen Geist der Wahrsagerin aus ihr raus zu gehen. Und er bietet diesen Geist der Wahrsagerin aus ihr raus zu gehen. Und im gleichen Augenblick diese dämonischen Mächte fliehen aus. Dieser Geist der Wahrsagerin flieht aus. Und diese Frau wird frei davon. Und da entsteht eine große Unruhe. Eine Unruhe, was ist passiert. Und die ganzen Leute sagen, er hat diese dämonischen Mächte ausgetrieben. Und jetzt, was passiert mit unseren Geschäften? Und dann nehmen sie Paulus und Silas und werfen ihn in den Gefängnis. Die ganze Stadt ist in Aufruhr. Ich möchte nochmal sagen, die Stadt war in Aufruhr wegen Paulus. Warum? Weil Paulus Christus auf dem Tron demonstriert hat. Und deswegen haben sie ihn in den Gefängnis geworfen. Und Paulus und Silas im Gefängnis fangen an Gott zu preisen und zu loben. Und auf einmal entsteht ein Erdbeben. Und die Türen gehen auf. Und da ist der Kerkermeister. Und dann der Kerkermeister sieht, im Grunde genommen die Türen sind auf und will sich selbst umbringen. Und Paulus sagt, nein, das macht das nicht. Paulus sagt, nein, nein, du sollst nicht. Du sollst nicht mehr, nein, du sollst nicht mehr. Du sollst nicht mehr. Das ist alles von Gott. Und er ist alles von Gott. Und den Niem der Medinehavze und die ganzen Familie kommt zum Glauben. und die Niveau den Duft er hat sich die die Hände in der Hände und die gesamte alle demonstrieren dafür dass Jesus auf dem Tron sitzt und alle Macht ist ihm gegeben im Himmel und auf der Erde ein Mann geht in eine Stadt und die ganze Stadt ihn aufgur und die ganze Stadt und die ganze Stadt in die Stadt in die Stadt und die ganze Stadt Sieben von den Söhnen von den Hohen Priester Sie sehen den Paulus, wie er den Namen Jesu die Dämonen austreibt Sie sehen den Paulus, wie er den Namen Jesu die Dämonen austreibt und sie sagen, dass wir das auch kopieren und sie versuchen, einen Dämonen auszutreiben Sie sehen den Söhnen von den Hohen Priester das heißt, das sind geistliche Leute und dann kommt der Dämon der spricht aus diesen Dämonen und er sagt, er hört richtig zu von Jesus weiß ich Paulus kennen ich die Dämonen auszutreiben von Jesus von Jesus von Jesus sieben von diesen Söhnen, die fliehen nackt weg und diese eine Dämon macht diese sieben Kinder von den Söhnen von den Hohen Priester dass sie wirklich nackt wegfliehen und diese Dämonen auszutreiben die Dämonen die Dämonen die Dämonen und die Dämonen 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 stellen dich auf deine Füße und dieser der springt auf und fängt an zu laufen das ist Autorität diese Dämonen und die ganze Stadt kommt in Aufruhr und dann kommen sie an und sagen die Götter sind den Menschen gleich geworden Es ist auch für mich so interessant, dass die Leute, wenn sie etwas übernatürliches sehen, sofort verbinden mit etwas Göttlichem. Götter sind gekommen. So denken die. Aber in Wirklichkeit ist das so. Aber in Wirklichkeit ist das so. Die Demonstration, dass Jesus auf dem Tron sitzt und regiert. Alle Gewalt und Autorität ist ihm gegeben im Himmel und auf der Erde. Und das ist die Demonstration. In Wirklichkeit ist der Gott durch mich auf diese Erde gekommen. Und als Paulus richtig nur am arbeiten war. Und das heißt, dass in Apostelgeschichte 19, 11 bis 12. Und ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Paulus. Das heißt, Paulus hat sich ganz und gar voll dem Herrn gegeben, Gott gegeben, Christus gegeben. Und Christus konnte durch die Kraft des Heiligen Geistes durch den Anfang zu werden. Und dann heißt das so, dass man sogar Schweißtücher, Schweißtücher oder Schürze von seinem Leib weg auf die Kranken legte. Und die Krankheit von ihnen und die Krankheit von ihnen sogar auch von bösen Geisten wurden sie befreit. Das heißt, das heißt, mit meinen eigenen Warten, Paulus hat so für das Reich Gottes gediehnt. In anderen Worten, die Kraft des Heiligen Geistes war so derart in ihm, dass durch ihn wirklich Gott angefangen hat zu werden. Das heißt, die Leute kamen, diese Schweiß, was aus seinem Körper herauskommt, sogar auch Gottlich war. Aber die Kraft des Geistes in ihm oder durch ihn und immer noch in diesen Handtüchern oder bis zu das Schürze oder diese... Schweißtücher. Es ist ungefähr, als würde der Geist Gottes genauso in diese ganzen Handtüchern oder diese ganze Schürze gekommen sein. Und dann heißt das, die Menschen wurden gesund. Und dann haben die dann ein Handtuch da... Abgewischt von Paulus. Und dann legen sie da drauf. Und die Dämonen. Und die Dämonen konnten nicht in diesem Körper aushalten. Die sind auf einmal rausgefahren. Und mit dieser Dämonen, die Dämonen konnten nicht in diesem Körper aushalten. Und dann machen sie da drauf. Aber die Kraft des Heiligen Geistes hier war in diesem Schweiß. Und die Kraft des Heiligen Geistes hier war in diesem Schweiß. Die Dämonen, die Dämonen, die Dämonen sind in diesem Schweiß. Und dann haben sie die Kraft des Heiligen Geistes hier war. Weil Jesus zu Recht in Gottes Sitz und die ganze Autorität im Himmel und auf der Erde ihm gegeben wurde. Und dann haben sie die Kraft des Heiligen Geistes hier war. Dann gehen wir einenerseits anders darum. Damit Omonen beten auch anders. Paulus, muss nach Rom vor ihm Cäsar. Und dann haben sie die Gefühle. Es ist die Gefühle. Aber es gibt keine Wind. Die Bedürfung, die genauer Angelegenheit hat. Und Paulus kommt an und sagt, pass auf, macht euch keine Sorgen. Letzte Nacht ist ein Engel Gottes gekommen und hat gesagt, pass auf. Er hat gesagt, die wird nichts passieren. So sollst du nach Rom und dort sollst du vor dem Cäsar sprechen. Geh zu dieser Besatzung, sag ihnen das. Und Paulus willen. Leist Gott die ganze Besatzung auch lebe. Die Autorität Gottes. Und Paulus war auf dem Weg mit Gott. Und dann komm sie in einein Zehn. Und dann bricht dieses Schiff auseinander. Und das sind die Einwohner von diesem Insel. Die kamen an und dann haben da ein Feuer gemacht. Und dann setzen sie sich dann hin, damit sie was essen können. Und dann kommt eine Giftschlange. Und dann kommt eine Giftschlange. Und beißt an Paulus' Hand. Und dann kommt die Einwohner. Und dann sagt sie, diese Schlange ist ein Geist. Oder beziehungsweise ein Gott der Rache. Heißt das? Und dann sagen sie, dass dieser Schiff auseinanderkrieg ist. Weil Paulus irgendwie jemanden getötet hat. Deswegen ist jetzt diese Schlange gekommen und Paul gebissen. Ein Gott der Rache. Paulus. Paulus, wie gesagt. Nimm einfach seine Hand. Und hält diese Schlange ans Feuer. Und diese Schlange flieht weg. Und die Einwohner gucken in den An und sagen, jetzt muss er bald sterben. Und sie sehen, dass Paulus gut geht. Und sie sehen, dass Paulus gut geht. Und sie sagen, dass sie wieder zurückkriegen. Und sie sagen. Und sie sagen. Und sie sind Götter. Oder sie stellen Paulus dar als ein Gott. Ich habe das jetzt gesehen. Und sie sehen, dass sie ein Gott der Rache, die sie töten möchte. Aber sobald sie gesehen haben, dass es nichts passiert, sagen, es kann nichts anderes sein als ein Gott. Das heißt, die Menschen verändern ihre Meinung, wenn sie übernatürliche Werke in unserem Leben sehen. Das heißt, die Kraft des Heiligen Geistes, liebe Geschwister, ist uns gegeben damit, wie die Herrschaft Gottes auf diese Erde demonstrieren. Und sobald sie, die Herrschaft des Heiligen Geistes, die Herrschaft Gottes auf uns gegeben hat, wurde die Kraft des Heiligen Geistes, bis wir die Heiligen Geistes zu erlangen. Ich gebe euch Macht, Autorität, und das war bevor der Heilige Geist gekommen ist. Sie sind gegangen, haben der Dämonen ausgetrieben. Aber jetzt, wo der Geist Gottes in uns gekommen ist, jetzt haben wir eine Uniform bekommen, Autorität bekommen, die ganze Kraft und Macht des Feindes, und das ist das, was Paulus demonstriert hat. Wenn du Verantwortung für Gott trägst, wenn du sein Repräsentant auf dieser Erde bist, wenn du sein Uniform trägst, dann bist du der Sieger. Dann gehst du eine Autorität. Aber dann lebst du nicht dein Leben, sondern Gottes Leben. Du kannst nicht dein eigenes Privatleben leben, und gleichzeitig eine Autorität gattestet. Das heißt nicht, dass du kein Privatleben haben solltest. Aber dieses Uniform hast du auch in deinem Schlafzimmer an. Aber dieses Uniform hast du auch in deinem Arbeitstimmer an. In der Schule, überall wo du bist. Die Frage ist, wem gehörst du oder welche Autorität bist du? Und warum hast du die Kraft des Heiligen Geistes, die Feuer des Heiligen Geistes, die Taufe im Heiligen Geist bekommen? Wofür gebrauchst du das? Und deswegen ist es wichtig zu wissen, du bist für eine große Sache berufen worden. Und deswegen musst du das jetzt mal begriffen, damit du wirklich, wenn du sagst, Kraft Gottes komm und mach aus mir ein Rahraman, ja ein Botschafter Gottes. Das heißt, wir wollen uns auf dem Heiligen Geistes. Und das heißt, das wurde der Gott. Was? Ich bin ein Heiliger Geistes. Ich finde das Heilige Geistes, in einer Afrikanischen Gemeinde. Und da zu dienen. Und dann zahst ich dann da. Und dann zahst ich auf einmal den Namen der Gemeinde. Christ Ambassador International. Salib Christ. Nein, Christ. Masi. Aha. Ilchi Masi. International. Ahaha. Beinan-Milaliy. Aha. Sifarathchane Beinan-Milaliy Masi. Ja. Esme Klesas bude. Also das war es. Und dann guckte ich an und sagte ich, mein Gott, heute Nacht mit dabei die Darüber Predigt. Esme Klesasch bude. Und dann gifte ich, ich hatte eine Predigt für diese Gemeinde vorbereitet. Und dann habe ich gesagt, nein, ich werde heute diese Predigt predigen. Und dann gifte ich, nein, ich werde heute diese Predigt predigen. Und dann habe ich, als ich dann gepredigt habe. Und dann habe ich, ich habe dann gepredigt, der Pastor, der Pastor sagte auch zu mir zum Schluss. Es ist so, zu gewohnheit geworden. Und dann habe ich, dass wir alle sagen, beispielsweise, wir sind alle, äh, äh, gesignet mit allen Zignungen im Himmel, in Christus Jezus. Aber du glaubst gar nicht mehr. Es ist normal, es ist Gewohnheit geworden. Deswegen ist es wichtig, dass wir heute wieder, zum Schluss werde ich auf jeden Fall einen Aufruf machen, wirklich neu besinnen und sagen, will ich wirklich den Heiligen, will ich wirklich die Taufe des Heiligen Geistes haben oder nicht? Will ich Verantwortung tragen? Will ich Verantwortung tragen? Gehört mein Leben mir oder dem König der Könige, der auf dem Thron sitzt und regiert? In 2. Timotheus sagt, Denn Gott hat uns nicht den Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. So schäbe du dich nicht des Zeugnis des unseres Herrn, noch meiner Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium, der Kraft Gottes. Aber Gott hat dir nicht den Geist der Furchtsamkeit gegeben. Du musst dich nicht furchtsen. Es war so ungefähr, als würde er irgendwie wieder nochmal aufwecken. Gott hat dir die Kraft, den Geist der Kraft gegeben, der Liebe und auch Disziplin. Der Heilige Geist, wenn er die Kraft des Heiligen Geistes in uns kommt, er ist es, der uns auch befähigt und auch die Kraft gibt, dass wir auch in Disziplin leben können. Wenn ich mich Gott hingebe, dann weiß ich ja, wie schwach ich bin. Ich weiß, dass ich nicht, nicht alle Begabungen habe. Und ich kenne meine Schwachheiten. Aber Gott sagt, wenn du die Taufe des Heiligen Geistes, wenn du die Kraft ausgerüstet bist, aus dem Himmel, dann weiß ich, wenn du die Kraft geben, auch Diszipliniert zu leben. Und dann weiß ich, dass du die Kraft geben, auch Diszipliniert zu leben. Die Kraft des Heiligen Geistes wird dir auch die Möglichkeit geben, auch auszuhören, zu warten in Schwierigkeiten. Paulus musste auch durch Leidenszeit durch, es war ja nicht jedes Mal nur Wunder, er ist gesteinigt worden, ins Gefängnis geworfen worden, er hat Hunger gelitten und er hat alles Mögliche durchgemacht und dann dachte ich, ich weiß, dass der Herr mich stark macht. Wir brauchen liebe Geschwister jeder und von mir genauso auch. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, um wirklich Verantwortung zu tun, in unserem Leben zu leben. Und dass ich mit meinem Leben demonstriere, Jesus sitzt auf dem Tron und regiert. Und ich muss mit meinem Leben nennen, um zu zeigen, dass Jesus ein Messieh über Gott schützt und regiert. Amen. Es hat mit Gefühl nicht zu tun, es hat nicht mit Ziegen zu tun, es hat damit zu tun, wenn du dich dem König gibst oder nicht. Du brauchst die Kraft des Heiligen Geistes, damit du auch freiwillig über Jesus erzählen kannst. Du brauchst die Kraft des Heiligen Geistes, um die Kraft des Heiligen Geistes zu tun, um die Kraft des Heiligen Geistes zu tun. In allem unserer Leben, in allem Bereich unseres Lebens, müssen wir Jesus nicht nur als Erlöser demonstrieren, sondern als den König der König, Herr und Herr, 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 das ist auf dem Tron, er regiert über den Himmel, in dieser Erde, und ich bin sein Botschafter. Und ich zeige. Es ist ein übernatürliches Leben, das wir lernen müssen. im Epheser Kapitel 5 das letzte Vers heißt das und berauscht euch nicht mit Wein worin Ausschweifung ist sondern werdet voll Geist indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt sagt allzeit für alles dem Gott und dem Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus Dank Amen Wenn du jetzt wirklich Kraft brauchst, damit du anfangen kannst zu beten, Kraft brauchst, vielleicht zu fasten, Kraft brauchst und sagst, Herr, ich möchte diesen Weg gehen, ich möchte, dass du mir hilfst, dass ich wirklich Verantwortung trage. Ich möchte dich mit dem Wort Gottes, so wie es auch heißt, im Lobpreis, im Anbetung, dass Gott, für alles, allzeit Dank, und vertraue auf ihn, dass er aus dir diesen Mensch macht, der wirkliche Autorität hier, für ihn demonstrieren kann. Lass uns jetzt die Augen kurz schließen. Ich hoffe, dass wir heute verstanden haben, was es mit dem, mit der Taufe des Geistes zu tun hat. Die Kraft des Heiligen Geistes zu empfangen. Heiliger Geist, wir bitten nicht, dass du jetzt kommst. Und wir bitten nicht, dass du uns das Offenbarst. Und wir bitten nicht, dass du uns das Offenbarst. Und wir bitten, dass du uns das Offenbarst. Und wir bitten, dass du uns das Offenbarst. Und wir bitten, dass du uns hierher bist. Und wir haben die Freude gehabt, dich heute anzubieten. Und das war ein Vorrecht. Und das war ein Vorrecht. Und das war ein Vorrecht. Und wir bitten, dass du das Offenbarst. Und wir bitten, dass du auf dem Tron, auf dem Zurechten des Vaters. Und du hast uns nicht alleine gelassen. Und du hast uns auch eine Verantwortung gegeben. Wir wollen das ernst nehmen. Wir wollen nicht von dir Heiliger Geist haben. Wir wollen nicht von dir Heiliger Geist haben. Kraft des Geistes haben für unser eigenes Leben. Und wir wollen das, dass du die Leute anbieten. Und ich möchte bitten, die wirklich die Leute, die angesprochen sind. Ich möchte jetzt sagen, dass du wirklich mit ihnen sohbeten kannst. Also es geht nicht jetzt, ich möchte gesegnet werden. Sondern Leute, die sagen ernstlich, Herr, ich will ab heute Verantwortung für dein Reich übernehmen. Ich möchte, dass du mein göttliche, von dir auserwählte Uniform anziehen lässt. Ich möchte dein Botschafter ein Kraft und ein Macht in dieser Welt sein. Ich möchte mich nicht verständigen. Ich möchte mich nicht verständigen. Ich möchte mich dir hinzugeben. Ich möchte mich dir hinzugeben. Ich möchte mich als ein Soldat Gottes. Und gleichzeitig als ein Kind Gottes. Wenn Gott mit dir gesprochen hat. Und du möchtest wirklich ernsthaft diesen Schritt tun. Dann komm nach vorne. Und dann komm nach vorne. Und dann komm nach vorne. Mit dem Glauben. Mit dem Glauben. Mit dem Glauben. Das Gott dir helfen wird. Kommt. Chu von Gott unterwegs. H nerf die ganze Zeit. Ja, wir geben dir Glauben. Cheers, papa! Pionglie! Untertitelung des ZDF, 2020